Grüezi, Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist wieder soweit, die Wochen- und Wochenendaktionen bei WaschGuru sind da und deswegen wollte ich euch in einem dieses Mal wirklich kurzen Video auf diese Aktionen hinweisen, kurz deshalb, weil diese Woche meine persönlichen Favoritenprodukte online sind und zu den meisten davon gibt es bereits Videos, die könnt ihr euch also anschauen, ihr könnt einfach bei YouTube mal Xaronfr und den Produktnamen eingeben oder Detailing School und den Produktnamen, dann erscheinen diese Videos. Ihr könnt euch auch meine Favoritenvideos anschauen, die es zum Jahresende und jetzt im Januar und Februar gab, dort beschreibe ich es dann nochmal genauer. Ich werde jetzt wirklich nur kurz auf diese Produkte eingehen, weil ich würde mich hier einfach schlichtweg wiederholen. Bei der Wochenendaktion ist keines von meinen aktuellen Favoritenprodukten dabei, weil ich die schlichtweg noch nicht ausprobiert habe. Switzer hat ja die Thermopads, die sind definitiv meine Favoriten bei den Polierpads, zusammen mit den Lake Country Pads und vielleicht noch den Car Pro Pads, die sind definitiv unterschätzt. Jetzt hat aber Switzer oder hatte ja Switzer immer auch noch die, ich weiß nicht wie sie heißen, Standardpads, Trapezpads, wo sie ein anderes Farbsystem hatten. Das sind immer sehr grelle, sehr neonfarbige Pads und die haben sie jetzt vom Schaum auch auf Thermopads umgestellt. Die sind jetzt ganz neu, die gibt es dieses Wochenende zum Aktionspreis in so einer Kennenlernbox. Da sind von allen Stufen jeweils ein Pad dabei, einmal die 125 mm Box, einmal die 75 mm Box. Die könnt ihr euch also gerne mal anschauen. Ich kann wie gesagt noch nichts dazu sagen. Ich hatte diese Pads noch nicht in der Hand, ich habe damit noch nicht gearbeitet und vor allem verstehe ich halt den Schritt noch nicht ganz. Wenn man ja mit den Thermopads eigentlich Pads im Sortiment hat, die eh schon gut funktionieren, warum muss jetzt von den günstigeren Pads da auch noch nachgezogen werden? Weil das macht das Sortiment von Switzer einfach nur unnötig groß und verwirrend, weil es ja eh schon groß ist. Es gibt ja mittlerweile verschiedene Thermopads, deswegen schwierig. Ich, also, ja sagen wir es so, wenn mich Switzer als Unternehmensberater engagieren würde, würde ich Ihnen sagen, hört auf, macht nur noch die Thermopads, nur noch und auch dort das Sortiment zusammenstreichen und sagen, es gibt maximal drei oder vier verschiedene Farben und aus. Einfach nur das. Einfacher, das ist eh, das ist eh, ich würde mal sagen, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber ich glaube, das ist auch mal okay in so einem Video. Überkomplizierte Produktsortimente ist aus meiner Sicht eines der größten Probleme, was viele Marken haben. Sonax ist so eine Marke, Maguire's ist so eine Marke, da gibt es aber auch noch andere und Switzer ist definitiv auch so eine. Das ist alles zu kompliziert. Man versucht in jede noch so kleine Nische vorzudringen. Das ist meistens auch dem geschuldet, dass die Vertriebswege und die Vertriebsorganisationen so aufgebaut sind, dass halt eine Person ist für den Baumarkt zuständig, eine Person ist für die Detailer, eine für die professionellen Aufbereiter zuständig und jeder braucht auch seine eigene Produktlinie. Stianagloss ist für mich ein perfektes Beispiel von der Marke, die es geschafft hat, das Sortiment so klein, so übersichtlich und so simpel wie möglich zu halten. Das ist halt dort das Schöne. Gut, jetzt bin ich komplett abgeschweift, aber ihr wisst jetzt, was dort die Wochenendaktion ist. Und jetzt gehen wir kurz durch meine Favoritenprodukte durch. Felgenreiniger ist für mich aktuell der Sonax Red Max aus der Profi-Line der beste Felgenreiniger. Jetzt muss ich das ein bisschen relativieren. Ob ihr euch jetzt für den Sonax Profi-Line Red Max, den gibt es nur in 5 Liter Kanister, das Sonax Felgenbeast oder den Sonax Extreme Felgenreiniger Plus entscheidet, spielt aus meiner Sicht nicht ganz so eine große Rolle, weil wir sprechen hier von minimalsten Unterschieden. Wenn ihr aber den Felgenreiniger haben wollt, ihr aus meiner Sicht bei Sonax, und Sonax ist ja eh schon eine Marke, die hat fantastische Felgenreiniger, mitunter die besten, die es auf dem Markt gibt. Wenn ihr den besten haben wollt, den es bei Sonax gibt, aus meiner Sicht, dann der Red Max. Und deswegen ist er jetzt diese Woche zum Aktionspreis erhältlich, als mein persönlicher Felgenreiniger-Favorit. Aber auch hier wieder, der Dr. Wack P21S High End ist auch ein fantastischer Felgenreiniger. Der Labo Cosmetica Sidero funktioniert sehr gut. Car Pro, Gion haben auch gute Produkte. Der Red Max ist der, wenn man mich zwingen würde, in Zukunft nur noch einen zu verwenden, dann wäre es der. Deswegen Favorit, deswegen diese Woche zum Aktionspreis. Dann habe ich euch zwei verschiedene Vorreiniger bei den Favoritenprodukten rausgesucht. Einmal, den kennt ihr, den Stiena Gloss First. Es ist immer noch mein persönliches Lieblingsprodukt, gerade wenn wir die Ready-to-Use-Produkte anschauen. Also die, die man so nimmt, wie sie daherkommen und so direkt auch aufs Auto sprüht. Ja, die kosten Geld. Ja, es gibt auch andere fantastische Vorreiniger. Ja, es gibt gerade bei den gewerblichen Produkten, die man nur als Gewerbetreibender bekommt. Manchmal kriegt man sie auch über andere Shops aus anderen Ländern als Privatperson, was aber eigentlich vom Hersteller nicht so gewollt ist. Stichwort Kochremie Vorreiniger B zum Beispiel. Blablabla, jetzt bin ich komplett abgeschweift. Was wollte ich sagen? Der Stiena Gloss First ist für mich, selbst wenn ich ihn mit allem anderen vergleiche, was es auf dem Markt gibt, mein persönlicher Vorreiniger-Favorit. Und das ist halt mein Favorit. Es geht ja nicht darum, dass ich persönlich sage, das ist der Beste. Das ist nur mein persönlicher Favorit, den ich am liebsten verwende. Und vor allem, es gab noch keinen, der mir gesagt hätte oder der auf einem anderen Kanal irgendwas gezeigt hätte, wo man sagen muss, der hat versagt. Hat er nicht. Gibt es keinen einzigen Beweis, kein Video darüber. Und deswegen kann ich auch ruhigen Gewissens nach wie vor sagen, der Stiena Gloss First ist ein fantastischer Vorreiniger. Ich verstehe aber diejenigen, die sagen, der ist mir zu teuer, weil es kein Konzentrat ist. Und wenn ich dann mir die Konzentrate anschaue und wenn ich vor allem etwas möchte, was sehr, sehr gut reinigt, also wirklich gut reinigt und auf allen Materialien im ganzen Außenbereich sicher ist, dass für Endanwender genauso wie für professionelle Aufbereiter verfügbar ist, dann bin ich aktuell beim Labo Kosmetica Primus 2.0. Weil den 2.0, der hat noch ein bisschen mehr Gleiteigenschaften und den kann man dann auch mal, wenn man ein starkes Auto Shampoo möchte, als Shampoo verwenden. Labo Kosmetica Primus als Vorreiniger, Konzentrat, das vor allem auf Reinigungsleistung und Sicherheit in Kombination setzt, ebenfalls als Aktion in meinen Favoritenprodukten mit dabei. Auto Shampoos gibt es wie Sanda mehr. Ich persönlich verwende nach wie vor das Tiana Gloss Matta sehr gerne. Könnt ihr auf Glanzlack verwenden, auf Mattlack verwenden, auf Folien verwenden. Hat keine zusätzlichen Versiegelungskomponenten oder glanzsteigernde Additive mit drin. Ist einfach nur ein reines, verdammt gut reinigendes, hochkonzentriertes, lecker erfrischend nach Minze riechendes Shampoo. Das ist das Tiana Gloss Matta. Dann Allzweckreiniger, der wirklich auch ein Allzweckreiniger ist. Was ich damit meine ist, kann man im Innenraum, kann man im Außenbereich verwenden. Kann man über, ich sage jetzt mal, 95% aller Materialien, die es am Auto gibt, auch wirklich verwenden. Leder würde ich ihn nicht verwenden. Das ist zum Beispiel eine Ausnahme. Auch Navi-Bildschirme würde ich ihn nicht verwenden. Das sind die einzigen zwei Ausnahmen, die mir jetzt gerade spontan einfallen. Sonax Multistar, auch wenn der Labo Cosmetica Ductile mittlerweile sehr nahe daran kommt. Ich würde die sogar ungefähr auf einem Level sehen. Bis auf den Umstand, dass ich den Multistar auch als Vorreiniger verwenden kann oder umfunktionieren kann. Der Ductile funktioniert dann nicht so gut, da ist der Primus von Labo Cosmetica besser geeignet. Also Allzweckreiniger, Sonax Multistar kriegt ihr jetzt auch zum Aktionspreis. Dann ein zweites Produkt von Labo Cosmetica für den Außenbereich, für die Außenreinigung. Purifica. Es gibt für mich mittlerweile, und es wird in Kürze ein Video erscheinen, was auch eindrücklich zeigt, warum das so ist. Es gibt für mich mittlerweile wirklich nur noch das Purifica. Alle anderen, die ich auch früher mal genannt habe, FX Protect, Arctic Ice, CarPro, D-Scale, die fallen alle weg, wenn es um diesen einen Einsatzzweck geht, mineralische Ablagerungen entfernen. Dann kommt für mich in Zukunft, und bis mir jemand anderer gezeigt hat, dass der das genauso gut kann, das Labo Cosmetica Purifica in die Hand und ans Auto. Mineralische Ablagerungen entfernen, Keramikversiegelungen frei waschen. Purifica ist das eine Produkt, was ich euch hier ruhigen Gewissens empfehlen kann. Wie gesagt, es kommt ein Video, was sehr eindrücklich und sehr einfach zeigt, warum das so ist. Dann Flugrostentferner. Ja, das Produkt ist teuer, aber ich bin persönlich überzeugt davon, dass es auch wirklich mehr kann als andere in dem Bereich. Flugrostentferner, Gion Iron, mein ziemlich klarer Favorit. CarPro Iron X, auch gut. Kochchemie RRR, auch gut. Aber der Gion Iron ist wirklich ein verdammt gutes Produkt, das ich euch hier als Flugrostentferner empfehlen möchte. Auch wenn es ein bisschen viel kostet. Bei Flugrostentferner habe ich halt eine klare Meinung. Flugrostentfernung ist nichts, was ich wöchentlich mache. Das mache ich dann, wenn es notwendig ist und dann möchte ich ein Produkt, was maximale Leistungsfähigkeit hat. Und deswegen nehme ich da halt auch eins, was ein bisschen mehr kostet, aber dann habe ich auch die maximale Leistungsfähigkeit. Denn ja, es gibt günstigere, aber die muss ich wahrscheinlich oder womöglich zweimal verwenden. Also ich muss zwei Durchgänge machen und wenn es dann die Hälfte vom Gion Iron kostet, dann bin ich am Ende wieder gleich weit. Deswegen ganz klar Gion Iron. Glasreiniger. Es gibt mittlerweile verdammt viele und das, was ich euch jetzt empfehle, ist wieder mal eher ein teures Produkt, aber es ist mein persönlicher Favorit. Das verwende ich am liebsten, weil es sauber ablüftet, trotzdem sehr gut reinigt, über ein breites Temperaturspektrum und noch angenehm riecht. Dodo Juice Clearly Mental ist hier bei den Glasreinigern immer noch mein aktueller Favorit, das ich euch jetzt in die Aktionen gepackt habe. Polituren, da hätte man jetzt wieder unterscheiden können in Cut, Medium und Finish und so weiter und man hätte auch Pads dazu packen können. Wir haben halt nur begrenzte Plätze, wenn es um die Aktionsprodukte geht, deswegen habe ich mich hier für eine Politur entschieden und das ist auch meine Lieblingspolitur. Wenn man mich zwingen würde, eine Aufbereitung aufzumachen und ich dürfte nur die ganze Zeit eine Politur verwenden, dann wäre es die Sonax Perfect Finish. Das ist für mich eine nahezu perfekte Politur, die ein unglaublich breites Spektrum abdeckt. Wenn ihr die Perfect Finish mit einem Mikrofaserpad kombiniert, hat die extrem viel Cut. Nur mal so am Rande. Sonax Perfect Finish, fantastische Politur, meine Favoriten dabei und deswegen kriegt ihr die jetzt zum Aktionspreis. Dann zwei Quick Detailer, die unterschiedliche Spektren abdecken. Einerseits sage ich jetzt mal den klassischen Quick Detailer, der schnell reinigen soll, der eine hohe Lackglätte mitbringen soll, der eine leichte Farberfrischung, Glanzsteigerung mitbringen soll, den man an Treffen verwenden kann, den Dodo Juice Mint Condition. Der klassische Quick Detailer ist aber, muss ich dazu sagen, kein reiner Reinigungsdetailer, der hinterlässt definitiv was auf dem Lack, das ist so. Und dann gibt es für mich die Kategorie der Quick Detailer Plus. Das sind die Quick Detailer, die auch reinigen, auch Lackglätte erzeugen, die auch eine leichte Farberfrischung erzeugen, die aber von der Versiegelungsleistung, die sichtbar ist an der Hydrophobie, ein bisschen mehr mitbringen. Sonax Ceramic, wie heißt du denn, der Sonax Extreme Ceramic Quick Detailer, fantastisches Produkt. Der Dr. Wack A1 High End Speed Detailer, ebenfalls richtig gut in dem Bereich. Der Maguire's Hybrid Ceramic Detailer, die grüne Flasche, ebenfalls sehr, sehr gut. Ändert nichts dran, mein Favorit bei denen ist der Infinity Wax Rapid Detailer in der blauen Flasche. Die blaue und die pinke Variante sind übrigens identisch. Von der Leistung her, die riechen auch identisch. Das ist nur quasi für sie und für ihn von den Farben her. Dann, ich habe es jetzt doch tatsächlich über die letzten Wochen und Monate geschafft, bei den Sprühversiegelungen einen klaren Favoriten für mich zu identifizieren. Denn, wenn man anfängt, verschiedene Sprühversiegelungen auf verschiedenen Autos zu testen, und ich habe ja mittlerweile Zugriff auf meine Mini, auf den Dacia, auf das Auto von meiner Freundin. Beim Dennis können wir teilweise auch Sachen ausprobieren. Denn, wenn man es über verschiedene Autos hinweg anwendet, dann erkennt man, dass nicht alle Produkte auf allen Lacken immer aufs erste Mal problemlos funktionieren und dort ihre Leistung auch abrufen können. Noch dazu kommt, angenehmer Duft, einfache Verarbeitung, überragende Hydrophobie. Und deswegen ist hier mein klarer Favorit aktuell bei den Sprühversiegelungen, die Sonax Ceramic Sprayversiegelung. Das ist mein Favorit bei den Produkten hier. Dann, weil ich mich schlichtweg nicht für ein Favoritenprodukt bei Pastösen Wachsen entscheiden konnte, weil es da zu viele Gute gibt, habe ich die weggelassen und habe euch stattdessen zwei verschiedene Keramikversiegelungen an die Hand gegeben, wo ich sage, das sind aktuell mitunter meine Favoriten. Die Sonax CC Evo und das Chien Moos Evo. Chien Moos Evo ist eine einstufige Keramik, braucht auch nur eine Schicht, um optimal zu funktionieren. Dort sind aber Fluorderivate drin. Wenn man sich ein bisschen mit Inhaltsstoffen und den entsprechenden Gefahren auseinandersetzt, muss man das kritisch betrachten und sagen, wenn man auf diese Inhaltsstoffe verzichten möchte und wenn man vor allem keine Produkte von einem Hersteller kaufen möchte, der die nach wie vor verwendet, dann ist man mit der Sonax CC Evo aus meiner Sicht sehr gut aufgestellt. Und auch zweiter Punkt, weil die Sonax CC Evo eine zweistufige Keramik ist und das erste Produkt, der Base Coat, sozusagen als Primer funktioniert, ist die Sonax CC Evo eine sehr zuverlässige Keramik auf einem extrem breiten Spektrum an Autos und funktioniert eben auch auf Autos sehr gut, die Problemlacke sind. Es gibt Berichte von Autos, wo man eine Keramik aufträgt und dann ist die nach zwei Wochen weg. Selbst wenn das ein Profi macht, der absolut weiß, was er da tut, gibt es Lacke, die einfach diese Keramiken nicht annehmen oder nicht halten und abstoßen. Weil bei der Sonax CC Evo, der Base Coat als Primer agiert, funktioniert die einfach sehr gut und sehr zuverlässig. Und deswegen habe ich euch die hier noch als Favorit hinzugefügt. Und das sind die Produkte, die ihr jetzt diese Woche zum Aktionspreis bei WaschGuru bekommt. Meine persönlichen Favoriten. Und dann hoffe ich vor allem, dass da jetzt für euch ein paar Produkte mit dabei sind. Dieses Mal natürlich über ein breites Spektrum an Produktkategorien verteilt. Da hat er dir auch gesagt, das ist euch lieber, weil es da mal eher sich lohnt auch zuzuschlagen. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass da Produkte mit dabei sind, die euch gefallen. Wenn das Video für euch hilfreich, aufschlussreich, spannend und interessant war, würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst. Unterstützt den Kanal auch gerne mit einem kostenlosen Abo und schaltet zum nächsten Video wieder ein. Servus!